so da sind wir wieder wir sind jetzt auf dem campus kann man das campus nennen will es nicht immer auf dem hof haben uns mit miss wie hieß sie mit schmiss miss miss dings unterhalten und ja die ist irgendwie gegen diese überwachungskamera so blablabla wir haben da nicht unterschrieben und daraufhin haben wir eben eine sms bekommen von 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 wochen denke ich mal ja genau hier wollen seine riesen unterhaltung ja ein mieter in a lot looking cool you see my camera will be you ready see you shorty i hope so okay also in i meet you in a lot looking cool okay im ex der schreibt der nix um so kürzer ist ich will mich trotzdem mal ein bisschen gucken ich will das jetzt aber auch nicht angucken so hallo evan hey evan might have to check out your cool portfolio let's see if you're worthy of it max you have to answer a simple question who photographed the famous falling soldier steve mccurry steve mccurry unless he could travel back in time curry was born five years after the following soldier picture curry also shoots in color in in other words no portfolio okay quatsch me no more hey evan sagt er hat kein portfolio eugene smith gotta be eugene smith well they both were famous war photographer images but you should know the difference good try wrong answer falsche antwort sorry i have to get back to my portfolio ja sehr gut sehr gut evans portfolio always looks so uber pro i'd love to see his photos in there hey evan let's see so so what about kappa robert kappa of course i love his work despite the controversy about that photo my my this quiet child knows things that's why i'm here you're a kindred spirit max would you care for a perusal of my portfolio it's not a privilege i grant too many i'd be honored sir that's why we're right rachel 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 Also, was mag sie? Okay. Wollen wir da mal noch irgendwas anfangen? Mal gucken. Ich muss zurück zu meinem Portfolio gehen. Achso. So, nächster. Quatsch mal hier nochmal. Wie ich jetzt sage, Sie waren dicht? Sie waren dicht. Wie ein Bruder und Schwester in den Armen. Sie hat mich verstanden. Sie hat mich nie beurteilt. Ich hachte ihre Vortex Club-Click, aber sie hat nie reagiert. Seine Freunde waren ihre Freunde. Was denkst du zu ihr? Nichts gut, Max. Hm. Hm. Hm, nö. Ich mach wieder so nicht sein soll. So wie sich das gehört, nö. Was war sie so? Sie war so... So. Alter. So. Diese Fotos sind großartig. Und Rachel Ambers Gesicht ist... ...mesmerierend. Hm. Na gut. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Glück. Alles klar. So. Wollen wir mal weiter gucken hier? Also. So. Wisst ihr, wer ist das? Das ist ein ganzes Fiddy. Ich kann dich nicht mal gucken. Das ist ein ganzes Fiddy. Ich kann mich nicht mal gucken. Das kann ich nicht. Was ist das? Was ist passiert? Nathan Prescott, ein kleiner Ritz-Bich-Kid. Er denkt, dass er die Leute sein kann, wie seine Eltern von Blackwell. Wie er die Vortex-Klub. Ja, er ist ein grosses Stück von Arbeit. Du, du kennst ihn? Ich büste ihn. Ich büste ihn heute mit einer Schnauhe. Was? Serious? Ja. Ich habe ihn heute mit einer Schnauhe und ich bin zum Prinzip. Wir sehen, was passiert nächstes. Du bist mein neuer Hero. Endlich, Karma kommt die Blackwell. Oh, sorry. Ich will dich nicht interessieren. Wir sprechen später. Okay, Max? Was ist passiert? Nathan Prescott. Ja, er ist... Nur sage ich dem das jetzt. Nein, er ist nur ein dick. Nein, er ist nur ein dick mit viel Geld. Nein, nicht mein Typ. Niemand braucht den Brick. Niemand braucht den Brick runter. Was passiert? Er wird sich runter. Er wird sich runter. Er wird sich runter. Er wird sich runter. Ja, Geschichte hat immer das zu tun, oder? Ja, Geschichte hat immer das gewonnen. Warte auf die Justice, du Schäuhe. Ich glaube, das war jetzt am besten, denke ich mal, diese Lösung. So, müssen wir noch feines. Ey, Skaterboy. 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 Dicker, bleib stehen. Stopp. Arschloch. Ey, du Skaterboy, du Skaterboy, du. Da gibt's Justin und seine Skaterpolizei. Yo, Justin. Check out the mags. Kommt die Thrash? Oh, ja? Bring it. Was wird dein erstes Bewegung sein? Äh... Jump? Du bist so ein Poser. Wenn du nicht einen einfachen Nusslider oder einen Trayflip nennen kannst, solltest du gehen. Yo, Justin. Check out the... Ähm... I came to... Nusslides. I came to Nusslides. But I'd love to see somebody do a Trayflip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate worth shit. Ha, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Um, Nusslides... Uh, Trayflip. Go for a Trayflip. Let's get Trevor all over that action. Ouch. Das war wohl nix. Das machen wir jetzt ein Foto von. Haha, egal. Jawohl, Facebook. Hey. I'm stoked to see those photos framed and shit. They aren't really a Skate Betty though. I used to be. I used to be. But I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Punk friend. You know Rachel? You hang with Victoria? Um. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Um. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Okay. Uh. Punk friend? Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Or ran away. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Do you want to take some action shots? Uh. What is the first thing? Oh! Oh, oh. Yo, just check out them. Oh. Oh, you've gotten the nose slide. Oh. Oh. Oh, Jack. So, just... let's see the nose slide. I'd love to see a nose slide. Jau Digga, den hast du gestanden, ne? Mann, es geht nicht. Punkt. Wir schauen jetzt, müssen wir uns alle mal durchgehen. Zack, zack. Und zack. So. 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 So, was haben wir denn noch? Hier scheint niemand mehr zu sein. Können wir hier ausgehen? Was? Ach, meine... So, was haben wir denn hier? Ah, wir haben das vermissten Foto. Okay. Es scheint hier keine Säume zu sein. Können wir Fahrrad fahren? Nein, ich bin nicht. Schade. Wollte jetzt kein Fahrrad fahren. Komm, die ein Bild machen? Das auch. Wait, Angels. Okay. Okay. Ich gucke, wo ich Fotos machen kann, weil ich natürlich die Fotos von, ne? Was ist denn hier los? Hey, Digga. Jo, was geht? Hey Hayden. Hier ist sie! Der Retro Selfie Master. Das bin ich, okay. Du siehst wie immer, Hayden. Es ist eine Erfahrung, die man in Blackwell kultiviert. Besonders, wenn man den Vortex Club betrifft. Oh, okay. Was ich hier nicht? Ja, ich weiß nicht wirklich, ich weiß nicht. Was ist das, was ich? Nein,�� Schade. Aber du solltest eigentlich kommen und mit uns mit uns eine Nacht sein, dann würde du nicht so gut gehen. Okay, mit Vortex Club. smart not bitch you like you know okay wait sure I knew she liked a party fun to be around oh yeah and she was hot oh did Victoria like Rachel also mark to your nature what happened to her was with you passiert Rachel was in the vortex club is this Rachel in vortex club I'm more confused let's do it okay he's confused speed okay did Victoria like Rachel she seems like the jealous type don't think you know Victoria so well some respected Rachel even if she didn't act like it so was passiert what you think happened um whatever happens the people who disappear without a trace mhm Rachel was in the vortex club Rachel was actually a member of the vortex club no Rachel was like her own club she was actually too cool for us and I'll deny I ever said that she has her own club she's too cool for you do you really want Nathan Prescott to represent oh please Nathan is like everybody's voodoo doll kill the best kid he's all right and a fun guy to hang with fuck the haters okay seems fair enough fair enough but I'm still not going to party with him your loss bro is fucking hilarious when he's blazed and he does always have the best shit let's talk later let's talk later Hayden my max now I have to get my chemical on and study we should get you and Dana out one night okay it's so complete anfang so so quatsch quatsch that's me it's a skill mhm zuck mhm he seems unstable nate has his extreme moments but don't we all I don't know yet Hayden what it's club only if you're not if you say something I do well if you're not if you say something I do what's up it seems weird to think about your high I'm rachel I knew she liked wow did victor don't think go überspringen hier mal wieder weil das haben wir ja alles gehört immer so schöne exklusiv klubs aber hier guckte die scheiße ich meine ist ja in ordnung dass man die finden will aber kann so ein bisschen übertreiben also will ich ja nicht dass man hier rachel amber sie lakso hoffen wieder ich habe mich jetzt mit dem ich weiß wo du bist, Max. Ich dachte. Ah, hier sind noch zwei. Hey, zwei. Hey, ich weiß dich. Du bist die neue quiete Frau in der Jefferson-Klasse. Ist nicht er unglaublich? Er ist aloof. Ich denke so. Er ist aloof. Er sieht, wie er immer vor dir ist. Nicht wie ein Schnob, aber du wirst nicht wissen, was in seinem Kopf ist. Vielleicht. Herr Jefferson hat nur seinen eigenen Stil. Wenn Victoria nicht all über ihm war, dann würde ich definitiv einen Gelegenheit machen. Was hast du mit Victoria vorgetragen? Victoria ist ziemlich offensichtlich. Ich glaube nicht, Jefferson ist in ihr. Ich glaube nicht, dass sie das Problem hat. Aber sie ist nicht der einzige Spieler. Wie kennst du das? Du hast hier viel zu lernen, Blackwell. Rachel Amber absolut hat sich mit ihm. Ich habe das von einer guten Sitzung gehört. Mhm. Interessant. Ich sehe, du hast etwas Neues jeden Tag in der Schule gelernt. Wie ich sagte, du hast viel zu lernen. Max. Ich sehe dich in der Klasse. Ich möchte diese Fotos studieren, wenn du nicht. Ich bin nur zurück. Hey, stopp. Hey, ich... Zack. Ähm... Ich denke so. Ich denke so. Wir sind glücklich, dass ich so einen älteren Lehrer haben. Und ich liebe seine Arbeit. Ich auch. Seine New Yorker-Urbanen-Stift ist großartig, aber ich bin glücklich, dass er zurück nach seinen Organsorten kam. Hörst du ja schon mal besser an die Lösung, ne? Diese Antwort. Okay, das gehen wir schon. Jetzt, dass du es erwähnt hast... Jetzt, dass du es erwähnt hast, er entspricht nicht auf Viktoria's Flirtung. Das bedeutet, dass er gute Gute hat. Du hast hier viel zu lernen, Blackwell. Ähm... Du kennst Rachel? Also... Du kennst Rachel? Nicht wirklich. Ich sah sie mit den anderen coolen Kinder, wie Viktoria. Das ist nicht mein Kind von Klick. Aber ich hörte verrückte Geschichte über Rachel. Cool mit K geschrieben? Hä? Stella sieht immer so sehr ernst und bedenkt. Gut für sie. Und der hier? Chloe, die Sonne! Kann man hier fotografieren? Nee, schade. Da waren wir schon mal... Himmel weg, weil es ist ja auch lustig. Okay, können wir uns noch mal fotografieren? Ich gehe mal hier weiter. Hier war ich noch nicht. Hey, was mit dir? Digga, kann ich hier anquatschen? Nö, natürlich nicht. Das ist aber auch ein riesengelände hier, ne? Posters über Posters? Hier ist schon wieder Posters. Nö, jemand, der wirklich wirklich möchte, Rachel Amber finden. Jetzt muss ich zurück zum Türen. Dieser Tag ist nie zu Ende. Warren ist für mich und seine Flaschdauer in der Parkingloche. Also, ich muss zurück zum Türen. Die, 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 die! Die Tür. Poster. Und hier? Poster. Poster? Ich bin so nicht da. Okay, dann halt nicht. Sie sollten viel Milag von Poster. Okay. Vielleicht kann man da irgendwo Fotos machen. Also, rein kann ich hier anscheinend nicht. Das ist wohl... Zu. Das ist wohl für ein Schwimmunterricht. Wenn das nicht aussieht. Kann man hier was? Nein. Dup, 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 dup beenden und dann würde ich sagen wir beenden diesen part und wir sehen uns dann morgen wieder ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lassen daumen da lassen kommentare und in diesem sinne